Das ist also der berühmte Nano-Suit, von dem alle reden. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar. Onkel Sam investiert sicher gerne eine Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so einen Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind über dem Kampfgebiet. Da unten stehen eine Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde über den Gibi kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. KVA macht uns fertig, Mann. Diese Mistkerle sprengen die Anhöhe in Stücke. Zieh deinen Kopf ein, sonst ist er ab. Warum zum Teufel landen wir dann hier? Ganz einfach, weil Granaten seltener treffen als die Flugabwehr. So, ich fliege jetzt zurück, Jungs. Der Hafen ist immer noch zu heiß. Viel Glück dann raus. Verdammt, hätt ich doch nur so einen Anzug. Schaffen Sie, die Maschine muss sofort starten. Folgt sie mir, Sir. Alter. Richtig krasser Krieg. Da oben sind ja ganz viele von uns. Die verdammten Seine Täter! Alter! Wow! Und halten Sie die verdammte Straße! Verstanden? Verdammte Mist! Verstanden! Verdammt! Wieder einer wenige! Ist das laut? Gut! Let's go! Einfall! Die sollten ein Reihenfall hinschreiben. Oh. Ah, natürlich. Vorwärtsmänner! Maximale Panzerung! Zurück, bin weg! Energie kritisch! Maximale Panzerung! Bord! Tarnfeld aktiviert! 鳥! We brä errand! H 브랜�ze, leh υ ometzt! Herr findet mich nicht! Tarnfeld aktiviert! Ich bin unsichtbar. Und gespeichert. Maximale Panzerung. Aktiviert. Maximale Panzerung. Aktiviert. Hm. Tatenfeld aktiviert. Ich schieße einfach auf die Tankstelle, oder? Maximale Panzerung. Desto da! Oh oh. Tatenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So. Aufladen. Weiter. Mit erfolgreichem Gang. So viel einfacher. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Keiner, keiner. Tatenfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tatenfeld aktiviert. Tatenfeld aktiviert. Okay, da kommen wir nicht ohne weiteres ran. Elektrizität. Maximale Panzerung. Tatenfeld aktiviert. Tatenfeld aktiviert. Tatenfeld aktiviert. Max. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tatenfeld aktiviert. Zwergung. Ausladen. Umladen. Oh, ich bin nicht ohne. Und nicht ohne weiteres ran. Tatenfeld aktiviert. Tatenfeld aktiviert. Tatenfeld aktiviert. Jetzt habe ich wieder keine Munition. Ja. Ah, alle Sammonie mitnehmen, was da ist. C4, Maus 1, um C4 zu deponieren. Drücke Maus 1, um es zu sprengen. So. Alles klar, Norbert, nur noch eins. Oh, um Schrauber. Nein. Nein! Schade. Keine Konzentration mehr. Wo ist es? Nein, du siehst mich nicht. Ja. Wie ist er denn? So. Dreckst du Zauber. Auf den Sack. Näh. Näh. Ja, was war das denn? Da war Mr. EMP. Näh. Selbst umgebracht. Ey. Och ne. So, jetzt reicht's mir. Geht mir auf die Eier. So, Name, Level, Spielzeit. So, Name der Spieldatei. So, was machen wir? So. 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 So.